Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Am letzten Video habe ich ja einmal hier dieses Haus weitergebaut und die Fenster und die Decke eingesetzt. Und ich würde sagen, in diesem Video bauen wir einmal die zweite Etage. Ich möchte die auf jeden Fall irgendwie so besonders bauen. Ich habe auch schon eine Idee, wie. Als erstes brauche ich aber hier eine Treppe. Die werde ich mir kurz hier einmal bauen. So, dann werde ich ja hier irgendwie hochkommen. So, die ist leider ein bisschen sehr groß. Ja, eigentlich brauche ich ja... Ja, eigentlich kann ich die ja kleiner machen. Ja, ich mache die ein bisschen anders. So. Ja, so ist besser. Okay, dann können wir hier schon mal ein bisschen frei machen, die Decke. Okay. Nämlich, ich habe mir überlegt, dass hier so ein bisschen... Oh. Ähm. Überschüssig zu bauen, also so eine Art Balkon zu bebauen. Ich zeige euch das einmal ganz kurz, wie ich mir das vorstelle. Äh, schreibt da gerne in die Kommentare, ob ihr auch Minecraft spielt und ob ihr Tipps habt, wie ich meine Spielfähigkeit verbessern kann. Darüber würde ich mich immer sehr freuen und ich würde sagen, ich baue jetzt direkt mal weiter. Ja, so, machen wir das direkt mal, wie ich mir das so vorstelle. Ähm. Zack. So, dann einmal hier auf der Seite noch. Ich hoffe, ich kann hier drüber springen. Ja, das war ganz knapp, aber es hat funktioniert. Ich kann ja auch das hier ein bisschen verbreiten einmal. So, dann kann ich hier ein bisschen besser laufen. So, dann haben wir praktisch jetzt so einen kleinen Balkon gebaut, aber der nicht als Balkon, äh, fungiert, sondern, ähm, als, ja, als Baufläche. So. So, ich glaube, diese andere Seite, die werde ich, glaube ich, von oben bauen, weil da komme ich jetzt nicht besonders gut dran. Die zweite Reihe, ich gehe mal kurz nach oben. Dann probieren wir das einmal. Oder habe ich das schon gemacht? Ne, eine fehlt noch, eine fehlt noch, okay. Gehen wir nochmal kurz hoch. Okay, fantastisch. Dann haben wir das nochmal fertig gebaut. Und darauf können wir dann auch, ähm, einmal, äh, vielleicht das Haus bauen. Das machen wir, glaube ich, aber eher im nächsten Video. Äh, Leute, ich würde sagen, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.